Hallo, ich bin Katrin von Kids Highlights und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar kleinen Tricks die lange und langweilige Fahrt in den Urlaub, zu den Großeltern oder zum Ausflug mit deinen Kindern überlebst. Also lass uns direkt loslegen! Hallo, ich bin Katrin, Mama von zwei Wirbelnbinden und immer auf der Suche nach Tipps und Tricks für bewusste Familienzeit. Also lass uns mehr Highlights im Alltag deiner Kinder schaffen, ohne dass sie zum Kraftakt werden. Ja, wir haben alle wenig Zeit im Familienalltag, aber lass mir dir eins sagen, für einen Trip mit den Kiddies ist jede Sekunde Planung Gold wert, also sei vorbereitet. Vor allem, wenn es um längere Fahrten geht in den Urlaub. Bei uns ist es immer eine lange Fahrt zu den Großeltern zum Beispiel und da werden die Kiddies dann oft schon wirklich ungeduldig. Ich meine, jeder freut sich total auf den Urlaub und ja, da ist es natürlich ganz normal, dass die Kinder ungeduldig werden, immer wieder fragen, wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? In fünf Minuten, in fünf Stunden, in vier Stunden und 59 Minuten. Also muss man ein bisschen vorbereitet sein. Ich sage immer, zehn Minuten Planung schaffen dir eine Stunde Zeit, aber auch jede Menge Nerven, die dir gespart, erspart bleiben. Wir schauen uns an, wie die Fahrt eben entspannter wird und ich habe da drei Tipps für dich heute mitgebracht, was sich bei uns im Alltag bewährt hat bei unseren Fahrten. Tipp Nummer eins, warum hast du nicht schon den Weg zum Ziel? Meistens sagt man so, okay, wir wollen so schnell wie möglich am Ausflugsziel sein und seit ich Kinder habe, habe ich das total umgeswitcht. Da ist die Fahrt dahin eben auch schon Urlaub und wir machen dann immer genügend Pausen eben mit den Kindern und erleben aber dabei auch schon ganz coole Sachen. Wir schauen uns an, okay, nach ein, naja, anderthalb bis zwei Stunden etwa und dann legen wir immer eine Pause ein. Wenn wir dann zum Beispiel an die Ostsee oder an die Nordsee fahren, gucken wir, okay, was gibt es an der Strecke, was wir uns gerne noch anschauen wollen. Vielleicht ein Wildgehege, was ganz cool wäre oder einen coolen Spielplatz oder einen Bolzplatz, wo man einfach mal eine Stunde Pause machen kann, die Kiddies rauslassen kann, dass die sich austoben können. Ja, die haben da schon ihr erstes Kids-Highlight. Also warum nicht da schon die erste Pause einplanen nach anderthalb Stunden und einfach, ja, den Druck für sich selber immer rauszunehmen, okay, ich muss super schnell da oben sein, ich muss super schnell am, ja, am Ausflugsort sein. Warum nicht einfach die Fahrt schon so cool gestalten, dass es zum Urlaub wird. Mein zweiter Tipp ist, nicht zu viele Spiele mitnehmen. Also ich habe schon ganz viel gesehen. Manche packen da tischeweise Krams ein für die Kiddies, dass bloß nichts fehlt, aber eigentlich kennst du ja deine Kinder und weißt ganz genau, was sie möchten. Schau nach den Interessen von deinen Kindern und dann überlegst du dir Spiele dazu. Unsere Top-Spiele sind zum Beispiel, dass wir Hörspiele mitnehmen. Wir haben immer die Tony-Boxen dabei, die Tony-Boxen aber mit den Kopfhörern. Unbedingt die Kopfhörer einpacken, die nicht vergessen, damit die Kiddies auch mal für sich ein Hörspiel hören können. Wir haben für jeden eine Tony-Box damals geschenkt bekommen und die nutzen wir eigentlich immer auch für die Fahrten in Urlaub, sind die Gold wert. Was wir auch machen ist, wir stellen uns gemeinsam eine Playlist zusammen, wir machen einen Abend zusammen, wo wir dann alles zusammenschmeißen, den Lieblingslieder, das macht auch schon Spaß, das steigert auch die Vorfreude auf die Ausflugsfahrt oder auf die Fahrt in den Urlaub oder zu den Großeltern und macht total viel Spaß. Jeder freut sich dann auf die Lieder, die er dann hören darf und da alle beteiligt sind von der ganzen Familie, wird es natürlich auch zum Familienspaß und nicht immer nur die gleichen Lieder. Ich weiß noch, als die Kiddies nur ganz klein waren und wir dann Rolf Zukowski von vorne bis hinten gehört haben. Es lief auf und ab und wir haben schon so Ohren gekriegt. Das haben wir dann geändert beim nächsten Trip nämlich und haben uns zusammengesetzt und überlegt, okay, was gefällt allen ein bisschen? Jeder darf sich mal ein Lied wünschen und wenn das dann so im Mix ist, bei so einer Playlist, die man dann abspielt, dann wird die Fahrt auch nicht mehr ganz so anstrengend. Ja, das war einer der Spieletipps. Was ich noch habe als zweiten Spieletipp ist, so Zaubertafeln, da haben wir ganz oft so eine ganz kleine Zaubertafel. Ich habe was gemalt, die Kinder mussten es raten. Dann haben die Kinder gemalt und wir haben es geraten. Wer ein iPad hat oder ein Tablet und da drauf malen möchte, das ist auch möglich natürlich. Klingt auch noch mal sehr viel Entspannung in die Autofahrt rein und man kann dann auch mal eine längere Strecke oder vielleicht auch einen Stau gut überstehen. Also das ist auch immer ganz gut dabei zu haben. Ein weiteres Spiel ist ein Kartenspiel, das ich dir gerne vorstellen möchte. Und zwar habe ich das mit meinen Jungs entwickelt. Als wir immer auf Fahrt waren, haben wir das immer gespielt und haben jetzt daraus tatsächlich ein richtiges Kartenspiel entworfen. Das heißt, unterwegs mit Kids und den kleinen Entdeckern. Und die kleinen Entdecker sind da auf dieser Karten mit drauf. Hier sind eben die Motive drauf und du gehst immer gemeinsam oder gegeneinander auf die Suche. Und hier unten ist dann ein Punkt dafür oder die Punkte, die du dafür bekommst, aufgemalt. Zum Beispiel für den Autotransporter. Wenn du viel auf der Autobahn dann unterwegs bist, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Autotransporter, den du siehst. Der gibt zum Beispiel die neuen Punkte. Es sind auch einfache Sachen dabei. Kühe, es sind die Windräder, die es jetzt mittlerweile ja fast überall gibt in Deutschland. Und auch Züge und Bahnen. Also es sind auch schöne Kindermotive einfach drauf, damit deine Kinder Spaß haben, etwas zu entdecken. Und dieses Spiel rettet wirklich also ein bis zwei Stunden Zeit mindestens für die Fahrt. Und es ist immer bei uns im Handschuhfach dabei. Das kann man auch wunderbar immer zur Abwechslung spielen und rauskramen. Und es macht immer Spaß, mit den Kiddies gemeinsam auf Punktejagd zu gehen. Und was wir auch dabei haben als Kartenspiel, was auch immer in der Handtasche mit dabei ist, ist so ein Quartett. Aber das müssen die Kiddies schon relativ gut lesen können. Ist aber auch ein schönes Spiel, um die Zeit zu vertreiben. Also die drei Spiele. Hörspiele, Kartenspiele, die Zaubertafel. Die drei sind eigentlich immer bei uns dabei, bei längeren Fahrten. Und viel mehr brauchen wir eigentlich nicht, weil wir eben auch, wie aus Tipp Nummer 1, schon die kleinen Pausen mit einplanen. Und da vergeht die Zeit so viel schneller. Man spart sich echt viel Nerven und Zeit dadurch. Und das Gequengel ist wirklich weg. Und das ist das Ziel, glaube ich, dass die Fahrt einfach entspannt wird. Tipp Nummer 3 ist, auch eine kleine Vorbereitungszeit, die kostet dich aber wirklich nur ganz wenige Minuten. Kramp mal die alten Spiele-Klassiker raus, die ihr als Kind vielleicht sogar im Auto gespielt habt. Bei uns waren das zum Beispiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Oder die Kennzeichenraten. Das ist auch immer ein super cooles Spiel. Und es lockert auch nochmal so zwischendurch auf. Vor allem, wenn es den Kindern auch schlecht wird, dass sie auch mal wieder nach draußen gucken und ein bisschen mehr Horizont sehen. Da hilft es eigentlich auch immer ganz gut. Was wir auch gerne spielen, ist, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und das Schöne ist, an diesen alten Spiele-Klassikern, dass du eben nicht den ganzen Krams mit reinpacken musst ins Auto. Ich meine, das Auto ist eh schon brechend voll, wenn man in den Urlaub fährt, vor allem mit Kindern. Dann kann man sich da wenigstens ein bisschen weniger mitnehmen für die Spiele unterwegs. Und das macht es auch viel einfacher für dich dann zu planen, zu packen. Wir haben auch ganz oft gespielt, welche Autofarbe überholt uns als nächstes zum Beispiel. Da kann dann jeder mitraten. Wir zählen Autos von einer Farbe und versuchen so schnell wie möglich auf 100 zu kommen oder so. Also auf der Autobahn geht es immer ganz wunderbar. Vor allem weiße Autos kann ich als Tipp geben. Das ist ja, glaube ich, die meistgekaufteste Farbe auf der Welt. Weiß. Das geht eigentlich immer gut. Wenn ihr was selten entdecken wollt an der Autofarbe, nehmt halt grün oder gelb. Die sind ein bisschen seltener. Mein Tipp ist, damit du vorbereitet bist, dass du immer so drei bis fünf Spiele dir im Kopf behältst oder aber auch aufschreibst, vielleicht in die Notizen von deinem Handy. Oder WhatsApp, was auch immer, in eure Familiengruppe schickt. Einfach kurz vorher nochmal klar werden, okay, was können wir denn spielen, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn die öfters fragen, wann sind wir endlich da oder so. Das ist auch immer ein ganz guter Tipp. Wie wäre es mit einem Extra-Tipp? Ein Extra-Tipp ist nämlich, dass ihr die ganzen Spiele zum Beispiel jetzt nehmt, also die Zaubertafel, eure Kartenspiele, was hatten wir noch? Die Hörspiele kann man jetzt nicht so wirklich gut einpacken, obwohl die Tony-Boxen gehen auch in den Rucksack nämlich rein. Und zwar, dass ihr so ein Überraschungskoffer macht für die Kinder oder ein Überraschungsrucksack. Dann, wir nehmen immer den Ausflugsrucksack von den Jungs, den die eh immer dabei haben. Und da packen die zum Beispiel ihr Fernglas noch mit ein. Und ja, was haben sie noch dabei? Ihren Kompass, den haben sie auch oft dabei. Und ich stecke dann noch mal kurz vor der Fahrt oder mein Mann stecken dann noch mal kurz vor der Fahrt so das Kartenspiel ein oder ein Bingo-Block oder eben diese Zaubertafel. Und manchmal wissen sie gar nicht, dass wir das dabei haben. Und es ist so ein kleiner Überraschungseffekt während der Fahrt, wenn sie das auspacken. Können auch noch mal so zwei, drei kleine Snacks mit dazu, damit die Fahrt so ein bisschen entspannter wird. Und das sind alles so kleine Hacks. Die kosten nicht die Welt, aber sparen dir enorm viel Nerven bei der Autofahrt. Und die haben sich eben bei uns super gut bewährt, die ganze Zeit. Jetzt solltest du eigentlich einige Tipps bereit haben. Ich hoffe, es ist was Neues dabei, was du umsetzen kannst, damit die Fahrt zum nächsten Urlaubsziel oder zum Ausflug auch etwas entspannter wird mit den Kiddies. Und dieses, wann sind wir endlich da, gar nicht so oft fällt. Vielleicht ganz am Ende. Und ja, lass mir gerne einen Kommentar da, wenn du noch den ultimativen Tipp für uns alle hast hier, damit die Fahrt weniger anstrengend wird für die Eltern und für die Kinder. Und ja, lass uns weiterhin schöne Kindheitserinnerungen zaubern. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Schenk mir ein Like oder den Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Deine Katrin von Kids Highlights. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.